Also mit dem heutigen Tag hat sich der Arbeitskreis Corona, das Pharma, konstituiert. Das ist aber erst der Anfang. Das heißt, wir wollen im Prinzip unsere Mitglieder dazu auffordern und zu ermutigen, uns auf dem Laufenden zu halten, sich gegenseitig zu vernetzen, unsere Kanäle zu bedienen, die wir regelmäßig pflegen. Dazu ist es wichtig, dass sie uns mitteilen, was für Erfahrungen sie gemacht haben, welche positiven Beispiele, welche Testimonials sie beitragen können, die zum Medium Messe einfach stehen, weil sie davon überzeugt sind, welche Kniffe sie vielleicht herausgefunden haben, um in dieser schwierigen Situation zu guten Entscheidungen zu kommen. Also deswegen nochmal der Aufruf, seid dabei, wenn es darum geht, gute Beispiele, ermutigende Testimonials, Leute, die zum Medium Messe stehen, wenn ihr da was habt, schickt uns das an corona.pharma.de, lasst uns daran teilhaben. Wir werden dafür sorgen, dass die Sachen in geeigneter Form an euch wieder zurückgegeben werden.